Musik Wie sieht es uns aber noch? Aber jetzt sagt doch. Du kennst doch schon, ja, wie sieht es uns aber noch? Aber jetzt sagt doch. Hat er Ihren Platz zu Hause? Den habe ich noch, ja? Echt? Ich habe den Raab der Woche, der steht im Büro. Mach den Frequenz frei, du Arschloch. Ey, außerdem macht der Kollege das dann auch gut und ich den einschätze. Auch noch lange. Wenn ich längst pensioniert bin, macht er das immer noch. Mach, mach, mach. Mach den Frequenz frei, du Arschloch. Sind ja Sie vorhin geschrieben, wir kennen zwar schon, ja, wie sieht es uns aber noch? Ja. Aber jetzt sagt doch. Wir kennen zwar schon, ja, wie sieht es uns aber noch? Jetzt kommt es ja erst noch. Jetzt kommt es ja erst noch. Wir kennen zwar schon, ja, wie sieht es uns aber noch? Wir kennen zwar schon, ja, wie sieht es uns aber noch? Aber jetzt sagt doch. Wir kennen zwar schon, ja, wie sieht es uns aber noch? Aber jetzt sagt doch. Wir kennen zwar schon, ja, wie sieht es uns aber noch? Aber jetzt sag doch. Das machst du heute nicht mehr. Elton macht das manchmal noch. Lisa Loch, das war ein Mädel, die heißt nun mal Lisa Loch. Zimmerfrei und die Wochenschau. Zimmerfrei und die Wochenschau. Arte Konkurrent. Hab mich draußen vor die Tür gestellt und hab noch für die Kamera so eine Abmoderation gemacht. Jetzt kommt's ja erst noch. Jetzt kommt's ja erst noch. Sind ja Sie Frauen geschrieben, wir kennen's zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Ja. Aber jetzt sag doch. Wir kennen's zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Jetzt kommt's ja erst noch. Jetzt kommt's ja erst noch. Wir kennen's zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Wir kennen's zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sag doch. Wir kennen's zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sag doch. Wir kennen's zwar schon, ja, wie sieht's uns aber noch? Aber jetzt sagt doch. Vielleicht dieses Jahr, vielleicht, noch nichts noch. Wir kennen es zwar schon, ja, wir sehen es uns aber noch. Es gibt noch, das nehme ich jetzt mit, einen Vermittlungsbedarf. Eigentlich müsste sich das aber doch regeln lassen. Jetzt kommen auch noch die Fans. Vielleicht dieses Jahr, vielleicht, noch nichts noch. Jetzt kommt es ja erst noch. Wir kennen es zwar schon, ja, wir sehen es uns aber noch. Aber jetzt sagt doch. Wir kennen es zwar schon, ja, wir sehen es uns aber noch. Aber jetzt sagt doch. Wir kennen es zwar schon, ja, wir sehen es uns aber noch. Haben Sie gesehen Mittwoch? Welche Mannschaft hat eingespielt Mittwoch? Wir kennen es zwar schon, ja, wir sehen es uns aber noch. Nach diesem Mittwoch. Korruptes Arschloch. Oh, ich will dich so sehr. Wir kennen es zwar schon, ja, wir sehen es uns aber noch. Oh, ich will dich so sehr. Wir kennen es zwar schon, ja, wir sehen es uns aber noch. Oh, ich will dich so sehr. Wir kennen es zwar schon, ja, wir sehen es uns aber noch. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.